Was ist der Unterschied zwischen einem Annuitätendarlehen und einem endfälligen Darlehen? Heute gehen wir die Unterschiede der beiden Finanzierungsmöglichkeiten durch. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Erchan und das ist mein YouTube-Kanal Finanzen mit Erchan. Wenn dir unser Video gefällt, lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal, damit auch du keine Videos mehr verpasst. Ein Annuitätendarlehen ist ein Darlehen, bei dem der Kreditnehmer regelmäßig gleichbleibende Raten zahlt. Diese Raten, auch Annuitäten genannt, bestehen aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil. Zu Beginn der Laufzeit ist der Zinsanteil höher, während der Tilgungsanteil im Laufe der Zeit zunimmt. Am Ende der Laufzeit ist das Darlehen vollständig zurückgezahlt. Man muss jedoch auch beachten, dass beim Annuitätendarlehen meist zwischen 10 und 15 Jahren Zinsbindung gewählt wird. Machen wir hier ein Beispiel, wenn die Immobilie 400.000 Euro kostet. Die Kaufnebenkosten von dir als Käufer getragen werden und wir uns diese 400.000 Euro von der Bank leihen müssen. Wäre die Berechnung wie folgt. 400.000 Euro, darauf zahlen wir in diesem Beispiel 3% Zinsen an die Bank zurück. Dann hätten wir eine Zinsrate in Höhe von 12.000 Euro jährlich, also 1.000 Euro monatlich. Und bei einer Tilgung in Höhe von 2% müssen wir 8.000 Euro jährlich zurückzahlen, also 666,66 Euro pro Monat. Dann hätten wir eine Gesamtbelastung von 1.666,66 Euro monatlich. Natürlich wird die Restschuld dadurch weniger. Die Rate bleibt jedoch gleich. Am Anfang des Darlehens zahlen wir im Regelfall höhere Zinsen an die Bank zurück und eine geringere Tilgung. Mit der Zeit verändert sich das Verhältnis von Zins und Tilgung. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wie wir sehen können, zahlen wir bereits im ersten Monat gleich die 1.000 Euro an Zinsen und 666,67 Euro an Tilgung. Im zweiten Monat ändert sich diese Zahl minimal und das geht von Monat zu Monat so weiter, bis das Darlehen irgendwann vollständig abbezahlt wurde. Ein endfälliges Darlehen, auch als Tilgungsaussetzungsdarlehen bekannt, erfordert während der Laufzeit nur Zinszahlungen. Der gesamte Darlehensbetrag wird erst am Ende der Laufzeit in einer Summe zurückbezahlt. Dies bedeutet, dass der Kreditnehmer während der Laufzeit keine Tilgung leistet. Schauen wir uns mal die Vor- und Nachteile beider Darlehensarten an. Starten wir mit den Vorteilen bei einem Annuitätendarlehen. 1. Planbare Raten. Die monatlichen Raten sind konstant, was die finanzielle Planung erleichtert. 2. Die schrittweise Tilgung. Mit jeder Rate wird ein Teil des Darlehens getilgt, was die Restschuld im Laufe der Zeit reduziert. 3. Zinsersparnis. Durch die kontinuierliche Tilgung sinkt der Zinsanteil der Raten, was insgesamt zu Zinsersparnissen führt. Kommen wir zu den Nachteilen bei einem Annuitätendarlehen. 1. Höhere Anfangsbelastung. Die monatlichen Raten können zu Beginn der Laufzeit höher sein als bei anderen Darlehensarten. 2. Gebundene Liquidität. Durch die regelmäßigen Tilgungsraten steht weniger Liquidität für andere Investitionen zur Verfügung. Kommen wir zu den Vorteilen bei einem endfälligen Darlehen. 1. Niedrige monatliche Belastungen. Während der Laufzeit zahlt der Kreditnehmer nur Zinsen, was die monatlichen Zahlungen deutlich reduziert. 2. Flexibilität bei der Rückzahlung. Der Kreditnehmer kann den Tilgungsbetrag am Ende der Laufzeit aus verschiedenen Quellen zurückzahlen. 3. Investitionsmöglichkeiten. Die eingesparten Tilgungsraten können in andere gewinnbringende Anlagen investiert werden. Kommen wir zu den Nachteilen von einem endfälligen Darlehen. Hohe Endschuld. Am Ende der Laufzeit muss der gesamte Darlehensbetrag in einer Summe zurückgezahlt werden, was eine hohe finanzielle Belastung darstellen kann. Höhere Zinskosten. Da keine Tilgung während der Laufzeit erfolgt, bleibt die Darlehenssumme konstant hoch, was zu insgesamt höheren Zinskosten führt. 3. Risiko behaftet. Die Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfordert eine gute finanzielle Planung und Disziplin, um sicherzustellen, dass genügend Mittel verfügbar sind. Heutzutage möchten die Banken bei einem endfälligen Darlehen Sicherheiten haben, früher Überlebensversicherungen, heute meist nur noch mit einem Bausparvertrag möglich. Diese Variante kann für Kapitalanleger und Investoren aus steuerlicher Sicht durchaus Sinn machen. Während Eigenheimnutzer in den meisten Fällen zu einem Annuitätendarlehen tendieren, um die Rechtsschuld so schnell wie möglich zu reduzieren. Für welche der beiden Darlehensarten hast du dich entschieden? Wenn du weitere Fragen zum Thema Immobilienfinanzierung hast, schreibe es uns gerne in die Kommentare. Und wenn dir unser Video gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch unseren Kanal, damit auch du keine Videos mehr verpasst. Folge uns auch gerne auf Instagram, damit du von täglichen Finanztipps profitieren kannst.